Hallo, 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 willkommen auf meinem Rostkanal zurück zu Tachys, nice! Wir haben ja mittlerweile drei Sternchen. Continue. Night 5. Nice. Ich hoffe jetzt die letzte Nacht nicht. Hat man schon mal so was? Oh, ich weiß schon mal was ich machen muss. Gebe ich sogar mal hin. Ah, hier, das muss ich mal aufdrehen. Please keep your power. Please keep your power. Er kommt. Close. Wer ist jetzt eigentlich weg? Ich war jetzt leicht überfordert. Aber cooler Jobscare. Nice. Good to you. Voll blamabel hier. Eineinhalb Minuten wieder für den Arsch, ne? Ich hab jetzt, glaub ich, zwei Tage nicht gespielt oder so. Ja, ich würde da rein arbeiten. Oh. Please keep your power. Du mal. Du mal? Please keep it high. Crazy. Is she added? Please keep it high. What? It bleakst me! Please keep it high. Das ist crazy! Ich glaub, es soll kein Plan mehr! Das ist er hier! Crazy, ich bin überfordert! Ich bin überfordert! Ich bin überfordert! Total planlos hier! Jesus, total! Wir haben 2 Uhr! Ich bin überfordert! Ich bin überfordert! Ein verrückter Spiel! Ich liebe es! Jetzt kommt er weiter links! Ich bin überfordert! 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 Erschweck! 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 Er! Der andere muss ja noch an der Tür sein! Erschweck! Erschweck! Jesus! 4 a.m. 4 Uhr! Ich bin überfordert! 4 Uhr! Wisset ihr was? Jetzt verarsche ich sie alle! Jetzt mache ich von Anfang an beide Türen zu! Hä? Orsch! Und grundsätzlich rebe ich nur auf ihn! Ich habe nur mit der Schnauze voll! Verstehst du? Ich gibt es wohl nicht! Ich bin ja kein Depp! Aber wenn es jetzt nicht funktioniert, dann... Dann will ich aber nicht mehr! Ich mag nicht mehr! Verstehst du? Ich bin ja kein Depp! Ich bin ja kein Depp! Ich kann mich am Marsch kratzen! Verstehst du? Blöde die Bären, oder was? Oh, halt die Fresse! Please keep the power! Please keep the power! Oh, ich gebe dir gleich ein Power hier auf die Mauer! Jo, es kurbelt ja weiter, ne? Es kurbelt ja... äh, brauche ich ja gar nicht... ... Ding 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 Ding... Dig 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 Dig... Tür bleibt... Tür bleibt zu! Verstehst du? Ich drücke ja mich ins Nirvana! Wir lehnen uns zurück und die anderen Sprungs interessieren mich nicht mehr, verstehs? Ich bin bescheuert, ja, sehste. Zeig ihr, man darf schon blöd sein, aber sich nicht dumm anstellen, ne? Oder dumm sein, aber sich nicht dumm anstellen, ne? Jo, gib dir Power! Jo, smile, smile, du, du. Chik, chik, bam, bam, weisch? Ah, aber nicht mit dem Rosti-Mann. Oh. Oh, ja, aufpassen. Bis jetzt funktioniert es ja noch mit der Variante von Türen-Zulass. Wir haben jetzt 2 Uhr. Hehe. Bis jetzt funktioniert es. Und wie gesagt, das ist der letzte Versuch und dann... Scheiß mal auf die Nacht 5 hier. Ich bin doch kein Depp hier, oder was? Das macht mich ja voll Spaß, oder was? Bis deppert, bis deppert, bis deppert, bis deppert. No. Jo, ich geb dir ja Power. Noch funktioniert es. Wir haben immer noch 2 Uhr. Da. Ich hab definitiv die Tür zugemacht. Und... Warum er mich da in Jumbies scared, ne? Ich weiß es nicht. Er mag mich halt nicht. Aber die Animatronics, die... Find ich mega geil. Die sind absolut Highlight. Die sind echt schön gut. Schöne. Also, mir gefällt's. Er mit seiner großen Ohren. Er lacht sich hier eins ins Fäustchen, oder was? Er hat hier... Wir haben jetzt 3 Uhr. Ich mach doch nix Falsche. Ich bin ja blöd. Einfach nur die Türen zulassen. Weißt? Wenn ich das Spiel so ankack, dann kann ich aber auch anders. Dann kann ich auch unfair spielen. Oder was heißt unfair? Ja, ja, ja. Mir doch nix. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Vier Uhr. V- Ja. Dick, dick, dick. Für was man da kurbeln muss... Keine Ahnung. Du weißt nicht. Aber die hab ich verarscht, oder? Noch. Noch hab ich ne große Fresse. Wenn's nicht funktioniert, bin ich nicht depp mehr. Aber wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich nicht mehr. Du, du, kein Plan. Ich liebe es. 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 Ich sag dir jetzt gleich wieder. Wetten. Hä? Ich mag nicht mehr. Hat er schon genug Power, oder was? Ich mag nicht mehr. Ah, hab's ja gewusst. 5 uhr 5 uhr und immer schön in die kommentare schreiben was ihr davon haltet und das video bitte bewerten bitte ob positiv oder negativ ist egal aber hauptsache bewerten immer noch 5 uhr es dürfte aber nicht mehr allzu viel fehlen yes strike was sagst du jetzt oh strike hab ich verarscht was ist das wo sind meine sterne denn was passiert wenn ich jetzt continue drückt ja freunde das war nacht 5 von ducky snipe die nacht 6 werde ich in einem weiteren part spielen ich bedanke mich für das zusehen würde mich freuen wenn ich wieder einschalten würde auf dem rostkanal nicht vergessen video bewerten und wenn ihr noch kein abo habt abonnet aufs köpfen drücken press the button for subscribe und ansonsten genießt das neben enjoy life und spaß miteinander verhaut die liegt und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten part von thug is night sagts schön mit euch und für die linke und euer rostiker danke bye 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 ciao